so links dicke max wand sagst du ja transformers wir haben nur die italiener spielen gegen den rest der welt naja ich stehe rück schon aus dann müssen wir uns jetzt beeilen das ist ja auch für eine lange artelle jahre seit haben musik empfangen muss so gut sein das habe ich seit jahren nicht mehr ich seh ihn nicht wo steht er aber da ist der nächste 850 auch zu kurz da kommt wirklich der nächste ich bin bereit ich auf der hauptstrecke vor das war so gewollt der dachte jetzt auch geht 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 aber geil oben kommt wieder raus links links ja da kommt er raus die 34 baum im weg er hat mir rausgenommen ich will mal reparieren er zieht zurück kette ist raus ne nur rot der fahrs ist bestimmt auf er steht aber auch da an der ecke ich sehe noch ein ganz kleines bisschen von ihm ich sehe ihn auch noch die seiten schützt ja ich sehe ihn auch noch minimal das ist sie tun sich in die information anfügen warte moment ich habe ihn sehr nice der kv pustelle die bei durchgefahren die nicht gecapt hier kommt er gleich raus entweder hier oder hier vorne mensch ich kann nicht gehen ja alles klar quer rüberfahren wenn der kv kommt einfach in die fresse rutschen naja dann brannt er wieder ab eine fahrerluke was du noch mit zessi müsst naja haben wir ja hier immer zwei feierteams jawoll zessi formation gegenseite stecken überlappen vorrücken ich fahr hier ja gecheckt ich fahr da raus und nimm den unter feuer ich mach doch gleich kaputt unterfeuer genommen lak ist angeschossen jawoll lak ist weggeschossen ist das der der durchgefuscht ist nee nee es war ein neuer zieh gleich ich muss noch laden jawoll kuschel formation dann kommen wir wieder zur mitte hin oder kot ja wie geht das von der maria carry nochmal all i wish for christmas is all i want for christmas is you ja b d 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 had geschossen ja jetzt stecke ich hier ausgerechnet in den leitplanken fest kurz das ist unser ding fahrbar links rum ich bin links von dir ist er schon über die mitte drüber er hat doch schon drüber der kommt kurz und uns und der kommt uns hier vor die nase gefahren okay ja gut dann wollen wir nicht für b b b b b b b b t t t t t t t das b im wind steht für sieg gefressen die seite von hinten dass mich das machen fahrt du gerade aus super perfekt der schutz trotzdem gezogen ich weiter bin fertig kriegst du denn ja ich keine ahnung ich muss davor fahren und rumreißen und ihn weg klatschen ist oder ich hab noch mal gewackelt scheiße klugzeug alles alles bis auf den kanonieren das glaube ich schlecht bei dem gefährt okay da hinten ja na klar der hat mir wieder der hat mir wieder die kanone orange geschossen und ich schieße nach flieger hinter uns flieger und flieger auch nein es gibt ja ich bin ein flugzeug abwärts oder ist der zweite ich lade mal eben die oh nein das war dumm der ist ja schon tief tief und schnell hoch und wechseln fast geflogen weil er gierig ist und voll forsten ja da hat er gesucht aber wenn du stärkst du braunisch dass wir sind recht sturmkugel ich habe mich als vack getan ach so wieder sturmkugel ich auch drücken da hinten ist schatten kriegen wenn ich war auf die entfernung das kannst du vergessen der kommt jetzt zu mir gleich oder im richtigen glauben schafft man das mit fantasie das ist der fantasie so die fantastischen viel habt ihr da gerade geschossen oder achso das gibt's doch nett BB BB soll ich auch die antifahrzeug oh shit ich wechsel mal die straßenseile boah nice Bommel hat mir ein assist gebracht der stand auf einmal hinter mir irgendwie so ja da hinten da hinten steht die sau da hinten steht die sau ja das ist der von dem ich mal eben gesehen mannt hab hast du den auf B eigentlich gekillt gehabt machst du mich? der M24 ist tot ja ja schön eigentlich bist du ich ja da 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 wo ist er? hinter uns? ach all diese Dreherei ja da da ist Schwede hier ja strebe ich weg noch einschossen ich bin tot sehr schön nein bleib mal an mir genüßt hello weißt du wie oft ich mich heute schon mit dem Ding rumdrehen müsste mit dem ach ja von wo? schon wieder ich weiß noch wo ich seh ihn nicht äh ich kann dir gleich markieren der kommt rechts nordöstlich von B äh nordwestlich so meinst du er fährt B rinnen? von da wahrscheinlich ja schau mal hier wir haben einen Fernflieger in der Luft auf der 6 der Focke jetzt ist die Focke auf der 6 ich hab mal abgelenkt ich hab mal abgelenkt oh fuck ja ich hinter dem Hügel dort ha? ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße KV ja er kappt B ist der dann oh da ist ne ASU ich hasse diese Dinger komm mal du musst überleben hier ist aber irgendwie ein B an der dritten da wo aufgeleuchtet ist in der Mitte der Karte da kommt SU 85 und ein KV 1 die Dinger 30 auf dem Marker oh oh da kommt die ganzen drüber runtergefallen grad in den Flugzeugen der Himmel brennt aaaaaaah boah Lebebommel 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 oh scheiße ich sprall ab und er nimmt mir natürlich alles raus mit einem Schuss bei mir ist schon alles wrong hier der flankierten AMX da ist aber immer noch einer an B drin das gibt's doch alles nicht ich komm ich komm jetzt und helfe und dann klären wir B und dann hier richtig los sehr schön geil Allah ich glaub ich sag ich noch in die Cap rein ich will doch in die Cap ich will doch in die Cap ich will doch in den Cap Je büyükiste Neaaaaaaaaaaaaa needed die kommten alle von hinten oder ja der hat mich grad rumgedreht Okay, dann kann ich mich schon wieder umdrehen. Ihr steht zu viele Faxen, ich komme nicht mehr durch. Okay, ich komme jetzt mit der Stuka. Let's go. Ich habe die Faxen dick. Mit euch Anfängern. Universal. Man, jetzt die dumme Sau da. Fertig. Tja, wo ist denn die dumme Sau? Äh, bei B. Okay, sie ist tot. Meine Fresse. Der hat gewartet, bis ich losfahre. Ich habe noch gehört, guck kurz hin, dann kam er rausgefahren, wo ich gezuckt habe. Ja, ich habe Szenefeindliche Anti-Air-Dies am Feuern. Hallo. Das hat er im Prinzip immer verdient. Hallo. Du musst überleben, Bombe. Die schickt schon ein paar... In meine Richtung, so wie das aussieht. Dicke Max. Band ist noch übrig hier. Was machen wir? Ich fahre weiter. Ich brauche die Cap. Jawoll! Jetzt für die Stellung. Jawoll! Oh, Arti. Jetzt sind sie auch auf Arti-Schweine. Äh, jetzt ist es aber... Ich gucke mal rüber, vielleicht sehe ich ihn. Ich habe mal Arti dorthin gelegt, falls sie da durchkommen. Ich auf C. Ja, wo ist denn da einer? Ja, ich treffe da was. Pass auf. Da, wo ich markiert habe. Da treffe ich was. War Arti. Okay. Flüssig ist noch östlich vom B. Ja. Ich sehe halt keinen. Doch, A ist ein A. Ich sehe einen, ich sehe einen. Auf die Welt ist eng. H rechts. In der Kolonne wird er vorgerückt. Auf B. Soll er zurückfahren und ihm helfen, oder? Ja. Ach, das ist ja schon wieder ein auf B. Der T ist down, C ist frei. Ja, die anderen fahren da hinten zu C, aber na gut. Ja, dazu kommen wir über die Schleisstraße geradeaus auf B. Oh, da hinten ist was. Oh, die macht mich jetzt blatt. Gehst du den Schirm da weg? Ach, schade. Oh nein. Weck meine Position Schirm. Ein dreckiger Franzose. Kurt, warte auf mich. Ich habe mich verfahren. Ja, du schaffst das schon. Eigentlich müsste ich mit dem Panzer nochmal rin. Ich war hier vorne in lauer Stellung bei dem LKW. Ja, Panzer werden gerade mehr gebraucht. Ja. Ich fahre wieder an. Ja. Kriegst du das mal B? Ich komme erst mal B, dann kommen wir noch über der H. Ja. 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 Ja, unser Team hängt da irgendwie halb im Container-Guard. Und das mit dem. Hallo. So, wir rechts rum und dann rein? Oder? Rechts rum steht der Schirm im Norden. Und war noch irgendwas. A und T erstmal auf B jetzt geschickt. Schirm direkt vor mir. Und SU. Und die SU? Mein Schuss an der SU ist schon wieder verschwunden, ey. Ist ja auch ne ISU. Ist ja auch ne ISU. SU, 252. Schiggy. Schiggy. Äh. Da ist ein schönes Pumpenziel. Ja, ich habe leider schon ausgeklingt. Und bin irgendwo an einem Haus hängen geblieben oder so. Ich muss halt schon, Schiggy. Ich muss halt schon, Schiggy. Du hast mich gerecht. Ich habe deinen Wracker ins Deck umgenommen. Ja, siehst du das Loch einfach mit dich reingeschossen. Ja. Da ist aber ne Flak-Mensiel hat da noch was geschossen. Ja. Ist da noch was? Ja. Ja. Ich stehe vor dir, Schiggy. Genau. Eins. Ah, die ist schon wieder verschwunden, ne. Haben wir noch einen drin, jo? Hier hinter ist der. Oh ja, ist der. Sehr nice. Ich muss sagen, das Problem bei den Heat-Dingern ist halt, die fliegen so langsam, dass die du höher halten musst. Aber, wenn sie treffen, machen sie alles tot im Moment. Ja, vor allem mit One-Shot. Okay, das... Muss man ausprobieren, das nächste Mal. Mal gucken, der kommt wahrscheinlich von A noch rüber. Wenn wir noch A rüber, warum verteidigen? Ich brüche gleich den Cap noch. Ja, ich... Ah ja, okay, können wir machen. Kannst doch hier warten, ich war rüber oder so. Kannst doch von hier schießen. Ja, hier kommen ja noch andere von uns hier rüber. Da steht er. Da steht er. Da steht ein M10. Uiuiui. Zu niedrig. Ja, da war der Zander zwischen mich. Achso, die müssen weg. Okay. Ah, bisschen kurz. Ach ja, schon wieder so eine ASUS U57. Wo? Wo war die? Rechts, rechts. Ah, die hat mir die Kanone gezogen, ey. Aber man kann mit MG hier alles rausziehen. Ja. Ja. Oh, ich bin gedeckt durch die Wracks hier. Hast du die M10 eine Markierung? Ich kann Arti drauf. Ah, okay. Ich bin in 13 Sekunden rearmt und wieder am starten. Sehr nice. Ist der Knister schon raus? Er bewegt sich, er bewegt sich. Guck mal, bei dir blinkt was. Wo hat was geblinkt? Restlich von B, bei der Flak. Da steht er jetzt. Ich bin gleich da. Hä? Von dem? M16? Ja. Aber wie kann denn ein M16 mich töten? Er hat aber auch, glaube ich, die 20mm drauf. Ach, das ist der MGC. Ne, das ist die normale. Der hat mit einer 50-Kälte. Er hat durch mein Hack geschossen und meinen Schützen erledigt. Okay. Ja, Kaliber 50 ist heftig. Seltenmaßen. Aber, das... Das merkst du auch. Wenn die dir jetzt mit Kaliber 50 die Kernbarryl komplett zerficken. Ja, ich hab das jetzt mal aufgenommen. Das poste ich, glaube ich mal. Ich schick's doch grad hier in die Kuppler rein. Ja, ich muss das hochladen und so. Ich hab eben zwei Bomben bereit. Danach schmeiß ich den Flieger wieder weg. Bei B haben wir ja einen. Ich versuche einfach nur den Panzer wegzumachen und dann kann der Typ hoffentlich cappen. Wo sind denn die Feindfahrzeuge? Wo muss ich denn abladen? Flak ist ein C. Da fährst du zwischen... ...und steh eben hier vorbei. Oh, vor dir. Rechts. Ja, der Turm ist halt so scheiß langsam. Ist ja auch ein Gott. Das Ding ist scheiße. Komm, dreh doch... Ja, ich seh ihn, Bommel. Shit, ich seh ihn, Bommel. Oh, komm! Komm! Ja! Nice! Nice! Kommt noch einer! Kommt noch einer! Ja! 26 Sekunden reparieren! Vorsicht! Mach einen Marker drauf! Mach einen Marker drauf! Da ungefähr! Jetzt zieht der Bommel! Ich muss die Anti-Airbomben! Ich muss die Anti-Airbomben! Ich muss sowas von die scheiß Anti-Airbomben! Ich muss sowas von die scheiß Anti-Airbomben! Geht net, geht net! Ich kann net! Fuck! Bommel hinter dir! Hinter mir? Hinter dir! Ja, die ganze Zeit schon hinter dir! Ist jetzt auf A drauf! Ah! Ja, ist der! Ja, hab ich gebombt! Ist ein A-R-L! Ja! Ey, sag mal! Was? Ah, der sieht mich! Jetzt kann ich ja... Ich dockfighte den jetzt! Er ist ne blöde Idee! Soll dich lassen! Stattdessen... Krieg jetzt die Anti-Airbomben, was sie braucht! Steht die noch hier? Die hab ich schon weggemacht! Ah, ok! Ah, hier unter mir ist einer! Ja! Oh, oh! Ey! Ich hab den hinten drin! Hast du gesehen, gehst du grad? Du hast nur die Kette genommen! Komm vor! Vor! Mach die scheiß A-R-L weg! Sech, sau! Scheiß Franzosen, sau! Ah, schade, dass wir das noch verlieren, ey! Ja, schade! Ich war halt ineffektiv as fuck! Ja, schade! Ja, schade!